Ja, herzlich willkommen zum ersten Mal in unserem neuen Format Wir müssen reden, wo wir mit Fachleuten pseudowissenschaftliche Behauptungen, Esoterik und anderen Unsinn auseinandernehmen. Und wir begrüßen heute den Biologen Fabian Deister zum Thema Epigenetik. Ja, guten Abend Fabian, mein Name ist Holm Hümmler und vielleicht stellst du dich gerade den Zuhörern auch mal vor. Ja, ich bin Fabian Deister, ich bin Biologe, arbeite an der Zoologischen Staatssammlung in München, wohne auch hier seit einigen Jahren und meine Fachgebiete sind Genomik, Genetik im weiteren Sinne, Evolutionsbiologie und Bioinformatik als das Handwerk, was ich am meisten einsetze. Wir wollen uns ja heute mit dem Thema Epigenetik beschäftigen und da gibt es ja eine Unzahl von Angeboten von Leuten, die also insbesondere Epigenetik-Coaching anbieten, wo man also seine Epigenetik verbessern können soll. Und wenn wir da heute ein bisschen drauf eingehen wollen, wäre die allererste Frage natürlich, was ist eigentlich Epigenetik? Epigenetik ist etwas, was über der Genetik steht, wie das Wort eben auch schon sagt. Und es finden sich verschiedene Mechanismen darunter, die zusammengefasst eben epigenetische Modifikationen an der DNA darstellen, die durch chemische Veränderungen auf dem DNA-Strang und nicht in dem DNA-Strang, also nicht Basenänderungen, sondern eine Änderung, die strukturell außerhalb der DNA liegt, außerhalb der Basensequenz. Aber so ganz grundsätzlich, welche Auswirkungen hat denn das? Also was verändert das? Ändert das die Gene oder ändert das die Art, wie die Gene umgesetzt werden? Was passiert da? Also es ändert nicht die DNA-Sequenz, das sind keine Mutationen, wie man sie so kennt, sondern es ist so, dass Gene ja nicht die ganze Zeit abgelesen werden. Wir haben aktueller Forschungsstand, so ungefähr 22.000 bis 25.000 Gene, menschliche Gene in unserem Körper, die auf verschiedenste Arten und Weise abgelesen werden. Und nicht in jeder Zelle muss jedes einzelne Gen quasi abgelesen werden, weil was brauche ich, die Proteine, die ich in Nervenzellen brauche, in Muskelzellen. Die brauche ich gar nicht. Und diese Mechanismen beruhen eigentlich darauf, dass man davon ausgegangen ist, wir haben ein Gen, was exprimiert wird, daraufhin wird eine Kaskade losgetreten, woraufhin durch die Präsenz von dem einen Protein wieder ein anderes Gen aktiviert wird und so weiter und so fort in verschiedenen Stärkegraden, also dass Gene halt auch nicht komplett aus- oder komplett angeschaltet sind, sondern eben die Menge der Proteine, die aus einem Gen produziert werden, geändert werden. Und es gibt in der Epigenetik eben verschiedene Mechanismen. Das meistbekannte, auch wenn ich jetzt Kollegen frage um mich herum, was die unter Epigenetik verstehen, ist die DNA-Mitylierung. Das heißt, es gibt Methylgruppen, die an die DNA gebunden werden an bestimmten Stellen. Und dadurch wird in einer Zelle ein Gen gehindert, daran abgelesen zu werden. Und was verursacht diese Veränderung? Dafür gibt es verschiedene Theorien und Möglichkeiten. Also nicht alle epigenetischen Veränderungen werden im Laufe des Lebens durch Umwelteinflüsse verursacht, aber auch das kommt durchaus vor und das ist eigentlich etwas, was sehr intensiv erforscht wird. Es gibt aber auch epigenetische Veränderungen, die alleine durch die Entstehung eines Menschen, Menschen in dem Fall zum Beispiel, ganz am Anfang festgelegt werden. Also es macht einen Unterschied, ob ein Gen zum Beispiel aus einer Samenzelle kommt oder aus einer Eizelle, also eben von der Mutter oder vom Vater, weil die ganz zu Beginn der Fortpflanzung ein genetisches Imprinting erhalten, also eine genetische Prägung. Und das ist eine Sache, die mittlerweile auch ein bisschen besser erforscht ist. Zum Beispiel gibt es Erbkrankheiten, die aufgrund von epigenetischen Modifikationen, die bei der Befruchtung entstehen, ausgelöst werden oder eben daraus folgen. Jetzt wird ja gerade von diesen Coaches häufig darauf abgezielt, dass ja über solche epigenetischen Faktoren auch vererbt werden. Also dass man sozusagen diese Veränderungen auch in den folgenden Generationen wiederfindet. Ist das so und über wie viele Generationen kennt man das? Also es gibt Untersuchungen bei Mäusen, die gezeigt haben, dass es das auf jeden Fall gibt. Es gibt diesen Effekt, dass eben diese Methylierungen in dem Fall auch an die Nachkommen weitergegeben werden. Es gibt bestimmte Sachen, die dann wieder überschrieben werden, eben durch dieses Genomic Imprinting, was bei der Befruchtung passiert. Aber bei Menschen hat man das bisher noch nicht experimentell richtig nachweisen können. Und es ist natürlich bei der Lebensspanne eines Menschen ziemlich schwierig, dann auch nachzuvollziehen, ob das wirklich ab Geburt quasi schon vorhanden war und ob es dann von den Eltern auch übertragen wurde. Es gibt Untersuchungen, die sich auf traumatische Geschehnisse in der Vergangenheit beziehen, wo relativ nachvollziehbare oder relativ gute Argumente gebracht wurden, dass da vielleicht epigenetische Prägung in der Lebenszeit der Eltern passiert ist, die sich auf die Kinder übertragen hat. Also es gibt statistische Werte dazu, die zeigen, wenn man diese Vermutung hat, könnte das daraus, könnte das eben ein Grund sein, dass die Menschen sich nachher so entwickelt haben, weil ihre Eltern etwas erlebt haben. Wobei die Problematik dann ist, wahrscheinlich ist das zu trennen von psychosozialen Faktoren. Ja, also es ist ja... Über die ja auch Eltern mit Kindern wechseln würden. Genau, es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt die Eltern, ob die danach eine Psychotherapie bekommen haben, ob die Kinder, ob die nachfolgende Generation vielleicht eine Therapie bekommen hat, die entweder diese epigenetischen Mechanismen in Gang gesetzt hat oder wieder aufgehoben hat. Dazu gibt es auch Untersuchungen. Aber was ein Problem ist bei diesen Sachen, dass die älteren Generationen zu einer Zeit existiert hat, wo man noch nicht diese genetischen Untersuchungen machen konnte und auch jetzt nicht nachvollziehen kann, ob die wirklich auch diese epigenetischen Modifikationen hatten. Was man aber weiß, oder was man eben rausfinden konnte, dass in der Stichprobe von Menschen, die bestimmte traumatische Erlebnisse in ihrer Vergangenheit hatten, sich ähnliche epigenetische Muster finden. Ob die allerdings nur daraus resultieren oder ob es auch bei anderen Menschen, die gar keine traumatischen Erfahrungen hatten, ähnliche epigenetische Muster gibt, lässt sich daraus nicht so gut Schlussfolgerungen. Können auch genetische Veranlagungen verändert werden? Also kann auch die DNA verändert werden durch Dinge, die im Leben passieren? Im Laufe des Lebens wird die DNA natürlich verändert. Aber wenn die DNA in Zellen so verändert wird, zum Beispiel, dass ein Protein jetzt häufiger produziert wird, als es sollte in dieser Zelle, also wenn jetzt plötzlich wirklich Neurotransmitter vermehrt in Muskelzellen produziert werden, dann merkt, in Anführungszeichen, die Zelle das relativ schnell und diese Zelle wird dann aussortiert, auch durchs Immunsystem. Weil die halt in dem Fall fehlerhaft ist. Was natürlich passieren kann, ist, dass durch diverse Faktoren epigenetische Veränderungen stattfinden, die bestimmte Kontrollmechanismen in Zellen ausschalten. Zellen haben halt eben die Möglichkeit, wenn sie selber nicht mehr die richtige Funktion erfüllen, quasi sich selber zu entsorgen. Also es gibt den Vorgang der Apoptose und es gibt bestimmte Gene, die eine ganz wichtige Rolle dazu haben. Und es kann eben durch epigenetische Modifikationen passieren, dass genau diese Gene, die diesen Kontrollmechanismus haben, dass die stumm geschaltet werden. Und in dem Moment ist es ein Punkt, wo zum Beispiel Krebs entstehen kann. Weil die Zelle dann einfach tut, was sie macht. Also was sie laut ihrer veränderten DNA tun sollte und nicht gestoppt wird, weil aus epigenetischen Gründen die Kontrollmechanismen, die die Zelle vernichten, ausgeschaltet sind. Du hattest ja so ein bisschen gesagt, also ein Faktor, der das beeinflussen kann, zumindest theoretisch, wären Psychotherapien. Also jetzt entstehen, jetzt gibt es ja bei diesen Angeboten, sagen wir mal, eine der Richtungen von Coaching-Angeboten, um seine Epigenetik zu verbessern, umfassen ja allerlei Psychotechniken, also wie neurolinguistisches Programmieren, wie Familienaufstellungen, auch sowas wie Anti-Angst-Trainings. Also wie realistisch ist das, dass man da, und das Versprechen ist ja sozusagen immer, ich kann etwas machen an der Epigenetik, die ich geerbt habe. Also es geht nicht etwa darum, sozusagen das Trauma, was ich selbst erfahren habe, irgendwie zu behandeln, sondern es geht eigentlich immer darum, das Trauma von vorherigen Generationen zu behandeln. Ist das realistisch, dass man da über eine Psychotherapie was macht? Kann man da schon was drüber sagen, nach dem heutigen Forschungsstand überhaupt? Es gibt Untersuchungen, in denen untersucht wurde, welche Metholierungsmuster zeigen Leute mit Depressionen auf, mit Suizidgefahr zum Beispiel auch, jetzt speziell darauf, Leute, die Suizid begangen haben, wurden untersucht. Und da einen Rückschluss gezogen darauf, dass die alle traumatisiert wurden in der Kindheit, was bei, ja, denke ich mal, suizidgefährdeten Menschen jetzt nicht ungewöhnlich ist, oder eben das schon ein gemeinsamer Faktor ist, der häufig auftritt. Nur sind die epigenetischen Muster nicht komplett deckungsgleich unter allen Leuten, die jetzt Depressionen haben. Das heißt, die eine Allgemeinlösung, wo man mit einer Therapie diese epigenetischen Muster ändern kann, die gibt es noch nicht und wird es wahrscheinlich auch so nicht geben, weil die eben relativ unterschiedlich sind, auch unter den Leuten. Aber es gibt eben Gemeinsamkeiten, dass man sagt, bestimmte Bereiche im Genom oder bestimmte Gene sind bei psychischem Stress stärker betroffen von epigenetischen Modifikationen. Also es gibt sowieso Gene, die häufiger betroffen davon sind, weil eine wichtige Eigenschaft gerade bei diesen Methylierungen ist, dass nicht jeder Teil der DNA methyliert werden kann oder beziehungsweise das nicht wird. Also unter bestimmten Laborbedingungen könnte man das vielleicht erzwingen, aber die anfälligsten Bereiche für Methylierungen sind die, die einen hohen C- und G-Gehalt aufhalten, also Zytosin und Guanin. Und das sind zum Beispiel Bereiche, die man aktuell auch flächendeckend im Genom sucht, um zu wissen, wo können wir diese epigenetischen Änderungen eigentlich suchen oder wo können wir damit rechnen. Aber das, was du jetzt angesprochen hast, bezieht sich ja sozusagen wieder auf einen Effekt, der bei der Person selbst aufgetreten ist, also ein Trauma bei der Person selbst. Also schon die Vererbung von Trauma, hattest du gesagt, gut, ist ein Thema, was wir aus Tierversuchen kennen, bei Menschen schon schwer nachzuvollziehen. Die Therapierbarkeit in der Folgegeneration, also dass man über eine Psychotherapie möglicherweise auch ein ererbtes Problem behandeln kann, ist offensichtlich. Aber dass man darüber wirklich die Epigenetik wieder verändert, ist, wenn ich dich richtig verstehe, nicht an einem Punkt, wo man heute sagen kann, das ist seriös belegbar. Nee, absolut nicht. Also das ist ein Punkt, der ins Reich der Phantasten und Pseudomedizin Schwurbler gehört. Weil gerade auch diese Annahme, dass man einen menschlichen Bezug quasi dazu herstellen könnte, ist schon sehr gewagt. Weil das ist eine Sache, die ja viele von diesen Pseudomedizinischen Sachen vereint, dass man denkt, man könnte das quasi anthropomorphizieren, dass man denkt, jemand hat einen Trauma gehabt, bei dem er geschlagen wurde. Deswegen gibt es irgendein Gen, was bei ihm, schlagen ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, Also nur weil jemand zum Beispiel zu wenig Nahrung bekommen hat als Folter, heißt das nicht, dass er danach irgendeine epigenetische Modifikation hat, die mit diesen Nahrungsaufnahmethematik zu tun hat. Aber die Beispiele, wenn ich das richtig verstanden habe, oder die Versuche, die es dazu gibt, die Tierversuche, gehen ja ganz, ganz häufig, um Nahrungsstress. Ja. Also da hat man ja ganz häufig gerade diesen Nahrungsentzug eingesetzt. Das stimmt. Aber es kann auch sein, also das sind ja auch diese Studien, dass man zum Beispiel bei Menschen sagt, aus dem Hungerwinter in den Niederlanden, würde sich jetzt ergeben, dass die Nachfahren eher zu Fettleibigkeit geneigt haben, weil sie eben anders Stoff wechseln. Das macht soweit Sinn, dass es sowas geben könnte, nur gibt es da, also ich wollte jetzt mich eher darauf beziehen, was die Leute dann sagen, um das zu behandeln. Da gibt es keinen Hinweis darauf, dass man dann sagt, jetzt, weil die Vorfahren eben gehungert haben, müsste man jetzt besonders viel essen, um das wieder zu beheben. Es ist halt eigentlich eher genau umgekehrt, dass man dann offensichtlich epigenetische Veränderungen hat, die den Stoffwechsel verändern, dass man die Nahrung nicht mehr so gut, dass man die Nahrung besser aufnehmen kann. Wenn wir Veränderungen haben an Zellen, die sozusagen in einem lebenden Organismus sind, können wir ja zunächst mal davon ausgehen, dass diese Veränderungen auch nicht an allen Zellen gleichzeitig auftreten. Also das wäre ja sozusagen auch noch eine Frage, wenn das dann wiederum vererbt wird, okay, dann hättest du es zunächst mal wahrscheinlich an allen Zellen, weil das ja dann über die Keimzelle vererbt wird, aber alles, was in der eigenen Generation passiert, würde ja zunächst mal sowieso nur Teile der Zellen betreffen. Ja, wenn ich gerade nachdenke, zum Beispiel bei dem Hungerwinterstudie, war es zum Beispiel auch so, dass gar nicht direkt die Vererbung von der Mutter oder von dem Vater auf das Kind als Annahme genommen wurde, sondern dass es halt während der Entstehung des Kindes im Mutterleib zu diesem Hunger kam. Das heißt, da hat es eben gelitten und das kann relativ plausibel diese epigenetischen Veränderungen verursachen und kann natürlich dann Folgen haben für das Kind, wenn es aus dem Mutterleib raus ist. Aber das ist dann ja tatsächlich keine Vererbung in dem Sinne, das ist einfach nur ein Einfluss, der sozusagen schon noch während, also vor der Geburt passiert ist. Genau. Da kursiert ja jetzt noch sehr viel mehr und wir hatten das Thema Ernährung gerade, also so Ernährungsberatung und ganz häufig im Zusammenhang mit dem Begriff Detox wird da jetzt ja auch häufig verwendet, die aber wiederum bezogen wird, gar nicht mal so sehr auf Menschen, die jetzt eine andere Art haben, Nahrung zu verstoffwechseln, sondern auf alle möglichen Probleme, die man vermeintlich von irgendwelchen Vorfahren geerbt hat. Da vermute ich dann mal, dass da auch keine Belege dafür gibt. Auf jeden Fall nicht. Also gerade was diese Nahrungsmittel, die empfohlen werden von den Coaches, um spezielle, von denen aber auch nicht untersuchte, epigenetischen Muster zu ändern, es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das irgendeine Auswirkung hat. Also dass natürlich die Umwelt eine Auswirkung haben kann auf die Epigenetik, das ist völlig klar. Das weiß man mittlerweile in der Forschung. Welcher Einfluss aber genau, durch welche Faktoren verursacht wird, ist sehr, sehr schwer nachvollziehbar und kann man auch dann immer nur in einzelnen Genen untersuchen. Und das ganze System, wie eben Gene in einer Zelle exprimiert werden und wie sie eben auch dann an- und ausgeschaltet werden, das ist im weitesten Sinne so komplex wie eine Wettervorhersage. Ja, was ganz häufig auch, also wenn ich so diese Bezeichnung, ja, arbeite an deinen Beziehungen zu den Ahnen und es wird alles von deinen Ahnen verursacht, für mich ist das so ein bisschen, klingt das so ein bisschen nach Freud auf Steroiden. Also bei Freud sind es die Eltern, die an allem schuld sind, auf einmal sind es die Urgroßeltern, die an allem schuld sind oder das Schicksal der Urgroßeltern, das an allem schuld ist. Also das ist ja auch eine, und jetzt gehe ich so ein bisschen von der Biologie weg, das ist ja auch so ein bisschen so eine Externalisierung von Verantwortung fürs eigene Leben oder, also meine Einschätzung jetzt erstmal. Auf jeden Fall, und das ist halt nicht weit von diesen, ja, bewusst außerhalb der Wissenschaft liegenden Bereichen, wo eben Schamanen sagen, man könnte eine Rückführung machen in frühere Leben und könnte da irgendwelche Probleme lösen, die einen in der aktuellen Zeit beschäftigen. Es ist, ja, wie bei anderen pseudomedizinischen Bereichen, wie bei der neuen germanischen Medizin war das auch, dass die Sachen aus Konflikten entstehen würden. Und das Problem ist, dass viele Menschen dafür relativ empfänglich sind, dass sie eben auch dann die Last abgeben können an ihre Vorfahren und sagen können, ich kann überhaupt nichts dafür, das liegt daran, dass meine Vorfahren etwas Schlimmes erlebt haben und deswegen muss ich jetzt immer noch darunter leiden. Und das ist eine sehr gefährliche Annahme. Haben wir noch ein Thema, was wir anreißen müssen? Ja, auf jeden Fall, wo du ja auch von Epigenetic Coaches gesprochen hast, die bekannteste Firma, die ich da gefunden hatte, hatte ich auch in meinem Vortrag für Skeptics in the Pub Köln erzählt, ist Healversity, die eben diese Epigenetic Coach Ausbildung anbieten und zwar nicht irgendwie als Weiterbildung für Ärzte oder für Psychotherapeuten vielleicht noch, irgendein seriöser Bereich, sondern auch ganz gezielt eben für Laien und für Quereinsteiger. Und wenn wir ja gucken auf das, was wir gerade besprochen haben, dass es eben ein wirklich sehr neuer Bereich ist, der erforscht wird, aber sehr kleinteilig und noch nicht mit dem großen Blick aufs Ganze und wie kann das eben das Leben der Menschen beeinflussen, ist es sehr gewagt zu behaupten, man könnte in kurzen Wochenendkursen völlige Laien dazu bringen, dass sie a. Epigenetik verstehen und zweitens auch irgendwelche Möglichkeiten haben, das zu ändern. Denn diese Möglichkeiten da direkt einzugreifen, haben wir aktuell noch nicht. Also wir können chemisch natürlich in Zellen und Zellkulturen und auch in Labortieren, die Epigenetik verändern. Dafür gibt es Möglichkeiten. Das ist eine rein biochemische Sache, die man machen kann, aber eben in diesen Seminaren irgendwas darüber zu lernen, was überhaupt Sinn macht, da gibt es keine Möglichkeit. Dankeschön. Ja, dann sind wir, denke ich, durch. Und ja, ich bedanke mich, dass du da warst, Fabian, und freue mich auf spannende weitere Themen und ja, auch spannende Vorträge von dir. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Fragen beantworten an Fabian Deister. Danke an euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, lasst uns ein Like für das Video da und schreibt uns vielleicht auch was Nettes in die Kommentare und seid natürlich einfach beim nächsten Mal wieder dabei. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank.